Fließband oder Einzelfertigung, Just-in-Time oder Vorrat, Hightech oder Handarbeit, Automobilbranche, Textil oder Pharma, als Wirtschaftsingenieur bist du hier überall gefragt. Du kümmerst dich darum, dass alles rund läuft. Von der Produktidee über die Produktion bis zur Vermarktung und Unternehmensgründung. Dabei hast du immer den Aspekt der Nachhaltigkeit im Blick. Du interessierst dich für Technik und Wirtschaft und kannst auch Mathe. Du hast Lust zum Teil auf Englisch zu studieren? Schließlich wird heute global produziert. An der ESB Business School bereiten wir dich optimal auf deinen Traumjob vor. Bewirb dich für den Bachelor of Science, Wirtschaftsingenieurwesen, Sustainable Production and Business. Wie kann ich eine Idee zu einem Produkt machen? Welche Fertigungstechnologien kommen wo zum Einsatz? Wie können Lagerbestand, Prozesse und Maschinenbelegung optimiert werden? Wie vermarkte ich ein Produkt und wie gründe ich ein Unternehmen? Wie setze ich Ressourcen, Energie und Personal möglichst nachhaltig ein? Wir geben dir die Antworten. Dein Studium dauert sieben Semester. In den ersten Semestern erwirbst du Grundkenntnisse in allen wichtigen Disziplinen und erlernst die Schritte nachhaltiger Produktentwicklung. Du lernst Industrial Engineering, Fabrikplanung, Qualitätsmanagement und Geschäftsprozesse kennen. Im Hauptstudium setzt du im Team eure Produktidee um und beschäftigst dich mit der Gestaltung des Geschäftsumfeldes. Zusätzlich belegst du Wahlpflichtmodule aus den Bereichen BWL und Technik. Ein Semester verbringst du an einer unserer 60 Partnerhochschulen. Du lernst andere Kulturen und Sprachen kennen und knüpfst weltweit neue Freundschaften. Bei uns lernst du nicht nur im Hörsaal, sondern auch im Unternehmen. Praxisorientierung wird bei uns groß geschrieben. Viele praktische Übungen, Labor- und Gruppenarbeiten machen dein Studium an der ESB aus. Du lernst von Gastdozenten aus der Wirtschaft und erlebst bei Exkursionen, wie ein Produktionsbetrieb funktioniert. Im Praxissemester bringst du das Erlernte zum Einsatz. Vielleicht schreibst du auch deine Bachelorarbeit in Kooperation mit einem Unternehmen. Du profitierst vom branden Netzwerk der ESB Business School. Unser Career Center unterstützt dich. Vielleicht ist dein zukünftiger Arbeitgeber einer der vielen Global Player, die rund um Reutlingen zu Hause sind. Und vielleicht triffst du ihn auf einer unserer Campus-Karrieremessen. Oder du verwirklichst deine Geschäftsidee und machst dich als Entrepreneur selbstständig? Entdecke, was die Fakultät ESB Business School der Hochschule Reutlingen dir noch alles bietet. Ein Studium in kleinen Gruppen und persönliche Betreuung. Einen Campus der kurzen Wege. Im Grünen und gleichzeitig gut angebunden an die Innenstadt. Informiere dich online über den Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen Sustainable Production and Business. Undardoor Marketing Vielen Dank.